Schleichwerbung! Hier film ich jetzt rein, wir lassen jetzt ein übelst altes Format aufstehen. Ihr schreibt jetzt mal alle in die Kommentare, wie viel Geld das ist, ne? Ähm, die ist schon klapfen, die Klappe. Ich sag 32, du warst bei 36. 36,25 Euro sagt das. Ich sag 22. Nächste Chance zu warten. Allerletzte Chance. Schreib es in die Kommentare. Das ist doch eh eine Weile. Ja, jetzt haben sie die Zeit zu schreiben. Diesmal gewinnst du mich dort, ob es mehr ist. Interaktiver Mitmachspaß. Ganz, ganz toll machen wir das hier. Ich habe ihn aussortiert. Er hat aussortiert, was denn? Oh. Ein Einkaufschip und 2 Cent. Kannst du mit diesem Einkaufschip zu Protokoll geben? Der ist ja da drin. Achso, warum? Bitte nochmal rauskommt. Ja. Das verzögert das Zehlen wahrscheinlich nochmal. Ähm. Ja. 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 Das ging schwer. Ich dachte, da ging der nicht so einen Zähler hoch. Nein. Das ist jetzt alles voll modern. Den machen sie jetzt nicht mehr. Aber das ist ja dann... Das ist ja... Ja. Vertigo, weil ich gewonnen habe. Aber dann ist das nicht so cool. Ich weiß. Ja. 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 Ja.